T混 ins Knapp aan Noni leute und willkommen zurück... zu Borderlands Dropin... Hallo! Notice wie er da shoppen war... Ha leu... Ab by the quest gewechselt... Ganz einfach gewechselt... And the addiction I Kannsteシch protection Schieß ihn in den Arsch... Hen? Ja, Qué puisf Aufpassen... Ich bin heilig im Dampfbrug. Ich bin heilig im Dampfbrug. Schieße ihn mit dem Arsch. Wieso? Lass ihn doch mal in den Arsch schießen. Mit dem Wind! Stuntrug ist in der Gegend! Ich kann den Wichser fast schon riechen! Sieh nicht umkaillt! Oh, ich steck jetzt hier aus. Oh, ich steck jetzt hier aus. Vielleicht hätte ich mehr von denen, die da wetzeln sollen! Drittischer Treffer. Oh, ein Tick! Ein Tick! Hier ist ein Tick! Warten Ping! Tick! Tick da! Sind noch mehr? Oh, ich komm hier nicht durch! Geil! Einfach nicht durchgekommen! Durch die Ecke! Ist einfach zu fett! Ja! Da war ich jetzt grad zu fett! Oh! Ist er da? Der wird ganz oben sein, denke ich mal! Glaubst du ja? Ja! Da geh ich von aus! Hm! Oh, da ist er! Wie geht's denn den Arsch? Oh, ich hätte ihn fast... Hast du ihn? Ja! Steht schon da! Er hat schön mit dem Arsch gewartet, das war sehr gut! Das finde ich gut! Oha! Gut getötet, Kajon! Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Penner Dumbtruck Beute versteckt hatte! Versuch mal sie zu finden! Oha! Die Dingsvero! Die Dingsvero! Ich weiß nicht mehr, wie die hieß! Die Lilan oder? Die Dingsvero! Was sind das hier? Drück! Kann ich nicht! Dumbtrucks versteckt liegt vermutlich hinter einer geheimen Falltür! Kann sein, dass man was tun muss, damit sie aufgeht! Ihr Kabel ist kaputti! Weil ich kann nix drücken! Ja, das Kabel ist ja nicht verbunden hier! Aber keine Ahnung, wie man das jetzt verknüpft! Okay, meinst du das gäbe? Oder? Ja, sicher! Ach, hier ist das kaputt! Okay! Kajon! Denk dran, dich nach allem umzusehen, was du brauchst! Oben, unten, rundherum! In diesem Fall, oben! Dass sie... Ach, hast du irgendwas mit Elektrowaffe oder sowas? Nee! Ich denk mal, das müssen wir hier... Hier ist nämlich Wasser! Dass wir da rufballern und dann... Weil sie irgendwas meinte mit nach oben! Ich erklär's dir mal ganz einfach! Wenn du das Wasserrohr da oben triffst, gibst du eine Krütze! Steht da jetzt! Triff dann den Schalter am Generator, dann sollte die Tür aufgehen! Aua! Naja, fast richtig! Ah, okay! Heilige Scheiße! Sieh dir das an! Unter Banditen nennt man das rote Kiste! Soll wahrscheinlich auf Blut anspielen! Banditen sind so versessen auf Blut, wie eine Zeck an einem Skag-Arsch! Jedenfalls hast du bei diesen runden Kissen echt gute Chancen auf heißen Scheiß! Hab' noch nicht geguckt, hab' einfach schnell das Blaue genommen! Hehehe! Es ist ja trotzdem noch da! Ach so! Okay, okay! Das ist natürlich nicht schlecht! Das ist nicht schlecht! Ne, mein Lailan ist das auch besser! Ich darf wieder Skillpunkte vergeben! Warum kann ich den da jetzt nicht nehmen? Ach, hat er schon genommen! Mission abgeschlossen! Du bist jetzt rausgegangen und ich soll jetzt wieder... Kannst du oben durchjumpen! Wie durchjumpen? Ja, wieder hoch! Woher kommen wir sind? Hey, da ist ja keine Leiter! Bist du blöd? Doppelsprung! Dann für'n Doppelsprung! Komm' da nicht hoch, bist du doof! Kann aber auch den... Ah, jetzt kann ich den Knopf drücken! Hehehe! Hehehe! Traum, ey! Ne, ich war ja schon an dem Knopf und da konnte ich ihn nicht benutzen! Hey, bist du nicht einsteigen gehen? Ich kann nur an einer speziellen Position drücken! Wenn du denn immer dich bewegst, geht das nicht mehr! Geht's ich doch nicht! Ja, deshalb sag's dir jetzt! Hehehe! Achso, vielleicht mal doch die Mission wechseln! Hehehe! Wechsel die Mission! Ja, wo müssen wir jetzt am besten hin? Da hin! Da unten muss irgendwas sein! Versuch mal die Wohnenluke zu öffnen! Die Lumen steht da! Ja! Irgendwie muss man das Ding doch aufliegen! Ehm! 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 Ja, da ganz oben! Oben ist ja ein kleiner Berg! Da können wir bestimmt was runterwerfen, oder? Dass das da rauf fällt! Weil das ja auch so ein... Könnte sein! Oder von oben runterjumpen! Achso, ja! Das probier mal! Einmal ein Flo eröffnet! War das nicht auch so eine Fähigkeit bei Pre-Sequel, dass man noch eine Taste drücken muss und dann... Ah! Bist du offen? Ja, hast du jetzt noch... Ja, mit Doppel-C machst du doch diese... Arschbombe! Na, bei mir war das nicht mit Doppel-C! Lass sie deine Wute! Sind hier Gegner? Ja! Achso, weil ich am Looten muss! Hier waren die Gegner! Was ist denn das hier? Das... 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 Dauert bei mir immer, bis er überhaupt das anzeigt! Dass ich das nehmen kann! Ich finde die Ecologs! Äh, war wirklich runter? Nö. Aber da müssen wir irgendwie hin. So, erstmal zu den anderen. Äh, wo sind denn hier die Gegner? Ach, da oben. Wenn er es noch nicht mehr ist. Oh. Oh, guck. Achso, mit dem Reden. Hallo, wie geht's dir an diesem wunderbaren Tag? Geistig gesunder Sitzel. Und verschießt ja noch. Stimmen mit dieser mächtigen Kappe auf meinem Kopf fern. Ich brauche diese Metallkopfbedeckung. Ich könnte mich nie davon trennen. Jetzt nicht. Du musst die Schüssel zur Übertragung der Gedankenkontrolle zerstören. Sie senden Stimmen in mein Gehirn. Du hast den Mann gehört. Zerstöre diese Sitzschüsseln. Ich brauche diesen Hut. Ich spüre, wie die Gedankenkontrolle nachlässt. Jetzt sollen wir zerstören. Ich wollte hier gerade zur Bounty laufen. Bisschen. Aber wie kommen wir zu der zweiten da hoch? Das hier mit dieser Bounty? Wollen wir die mal annehmen? Wollen wir sie annehmen? Die dreiste Bastard hat Fogons Unterhose geklaut. Ich habe es mal anhengommen. So, was andere jetzt gemacht? Nein. So, wechselst du wieder? Ich suche den Satellitenturm. Der ist da auch oben jetzt angemarkert, oder? Wo wir eben hinjumpen wollten. Da können wir aber oben von der Basis hinfahren. Welcher wo? Oder? Keine Ahnung. Ich sehe gerne eine Markierung. Jetzt hier zurück gehört. In der Richtung Basis? Genau. Jetzt hat er die Map so komisch gedreht. Kann ich hier nicht so machen. Wunderbar aus ist. Genau. Und den Jump machen. Dann könnten wir gleich hier vorne rechts an der Röhre. Da muss so was sein. Hier ist ein Punkt. Bei mir ruckelt es auch ganz leicht. Götzeln. Kommen wir jetzt hier durch. Pass auf die blöden Stromschläge auf. Das muss man doch irgendwie ausreiten können. Ich habe es schon genommen. Gegner? Ach nee, das ist ja der Empfie. Hast du jetzt irgendwo auf den Schalter geballert? Hast du das? Jo. Äh. Genau. Jetzt hat er schon wieder die Karte. Jetzt rechts. Oh, von dem Interesse kann nicht aktiviert werden. So. Da vorne müssen wir wahrscheinlich aussteigen. Oder? Ja. Und hier aus müssen wir laufen. Also hier würden wir, wären wir durchgekommen, wenn wir oben runterjumpt haben. Ja, da oben rechts waren wir vorne. Mhm. Bereich entdeckt. Warum rennst du denn immer durch mich durch? Da ist so ein Fliegerding. Wir brauchen uns für eine schimpfliche Übertragung mit dem Ding übertragen. Klipper da raus und zerstören. Hattet ihr, was fallert mich jetzt so drunter? Der Digga zieht mir nur. Ich hab das hier raus. Ich sehe das, Munker, Schöp! So. Eins fliegt noch. Mehrere fliegt noch. Ich wollte gerade ins Auto jumpen. Ich habe voll vergessen, dass es nicht geht. Echt? Ist auf dem Boden noch und vergesst dann nicht. Die Langen sogar auf dem Boden. Ich weiß, dass du klettern kannst. Obwohl du nicht meine mächtigen Robo-Klemm hast, kannst du es trotzdem schaffen. Und jetzt zerstör diesen Echo-Transponder. Hast du ja immer? Das sieht aus wie meine eigene Tänne. Nichts geht über einen Klippbrem Klassiker. Eingetragene Waage. Wenn es so gut nicht platzt ist, kann ich nicht mal mein Ding starten. Oh, alle Färgstoffe, alle. Ich bin im Bullen oder in der Schottie. Ich glaube zwei Viecher fliegen noch. Eins. Null. Also geil, dass dein Vieh auch in die Luft ballert. So, ich bin jetzt wieder Müll. Hier ist noch ein... Aber waren dann jetzt hier auch zwei Sachen? Null. Aber eigentlich, doch sammle die Antenne ein. So, okay. Wir haben jetzt die eine Schüssel kaputt gemacht. Ich denke mal, damit wir jetzt den Hut von dem anderen Typen kriegen. Genau. Da rennst du da hinten noch ewig rum. Ach, du bist schon wieder zum Ding, sonst lootest du hier aber. Wir sind hier noch looten, 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 looten. Und jetzt fährst du doch eh gleich weg, wenn ich da bin. So. Ich bin drin. Ausnahmsweise. So, wir müssen noch ein Netz hin. Was markiert der denn? Ja. Ey, zeigt er aber hier oben wieder was an, ne? Ja, das ist noch in dem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Wie? Na, die nächsten Punkte sind noch schwarz auf der Möp. Aber wenn ich jetzt das... Das eine ist hier links, da müssen wir auch viel hoch. Mann, dieses Scheiß-Tutorial, weg damit. Na, vielleicht doch von hier... Das störe die letzte Schüssel. Das kann auch sein, dass wir die von unten eigentlich einfach nur abballern müssen. Das ist keine Schüssel. Das ist keine Schüssel, ne? Da oben ist dann diese riesen Satellitenschüssel. Ah, ne, ich seh sie. Was ist da? Was ist da? Jetzt bin ich frei! Was ist da? Wir hätten gar nicht hier weggepust. Na doch, das andere haben wir da eingesammelt. Ja. Warte, jetzt müssen wir ihn töten. Was ist das für ein Scheiß? So, habs. So. Möseligen Aristokraten! Ich nicht mehr von ihren feinen Galas verbannen! Möseligen Aristokraten! Wollen wir die noch zu Ende machen? Lass uns auch schnell zu Ende machen. Möseligen Aristokraten! Komme ich hier Ryan? Ja. Ja, du bist überlegt, du letzter, wo ich runterjumperkomme. Ah, ich hasse diese Kalypso-Zwillinge. Sie haben die Banditen von Pandora mit Versprechungen von Deathcores, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also, wir spielen den Kalypso-Zwillinge, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kellner mit meinen Fahrwurzen getötet habe. Aber ich glaube, ich bin schon wieder nicht ganz dabei, oder? Was braucht es da wohl, um alle Clans zu einen? Ich kann doch für heute mal ein, 25, nach 18 mindestens. Bitte, auch wieder nichts. Also, mein Schild geht zwar runter, wie Sau. Aber die ballern auf dich. Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Anscheinend. Mit. Jetzt hängst du wieder weg. Ich stehe eigentlich, nimm dir. Ach so, ich guck den Kalyp. Du stirbst bei mir. Aber wo bist du? Hä? Jetzt bin ich nicht. Jetzt bin ich auch down. So, ich schläbe bei mir noch. Jetzt bin ich wieder da. Ja, da eben standst du bei mir, dass du stirbst. Ich krieg, ich mach kein Damage. Ich... Äh, wo bin ich denn? Ich bin... Ich bin hier gar nicht ganz woanders. Und da wurde ich von so einem Vieh... Ach da. Ich wollte die Gara abholen. Bist du das hier, mit dem Fahrzeug? Ja, ich bin im Auto, ja. Jetzt bin ich bei dir. Ich war... Ach so, du warst das jetzt mit dem Fahrzeug oder was? Ja, ich wollte das. Alter, der klinge Spät-Ass-Typ hier, ja. Ja, da haut Ohren hier drin. Alter, war wohl ungefähr 8 halt. So, der treffst du das halt? Jetzt hab ich mich verzählt. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Das ist mein Moment. Ich bin hier. Ich bin hier geschossen. Das ist mit dem Lexus ja echt kacke, ey. Naja. Ob es aus der Inleitung ist, ist es mal wieder besser. Vodafone halt, ne? Das willst du schon von Vodafone erwarten. Oh, wir hatten wirklich die wirklich nicht hier oben und nicht. Das sag ich doch. Hey, ich war da drin. Ist etwas, das wir gebrochen können. Zieh mal nach. So, ich bin da noch nicht runtergehüpft. Soll ich mal das Fahrzeug? Ach so. Ja. Hä? Sprinte einfach auf die Öffnung zu und drück Ducken. Das ist ganz einfach. Oh, scheiß. Geschütze ist hier drin. Okay, soweit wäre das jetzt nicht gewesen. Du musst irgendwie unter dieses Ding kommen. Du kommst hier rein. Du darfst nicht vorgehen, dann geht das Tor zu. Nicht vorgehen. Okay. Ich bin reingeslidet. Du kannst das schaffen. Ich glaube an dich. Probier's mit. Reinschlittert. Du weißt sie ihn. Was sie ihn? Tor geht trotzdem zu. Bist du wieder raus? Ja. Ich bin da auch duckend hingegangen, ne? Sliden. Nicht ducken. Und wie slide ich? Laufen und dann steuern. Also ducken. Also sprüchen und ducken. Das habe ich mit abgetan. So, dann pass mal zu. Klappi, trappi. Klappi, trappi. Was steht da denn? Ja. Ich lebe nur für tot. Und ihre glorreiche Jacks. Ich weiß. Gut, machen wir ein Pröster. Dann machen wir ein Pröster. Ich muss aber glaube ich nicht den Schluck erst mal mitnehmen. Gut, dann spitze bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ARDUKA Vielen Dank.